Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Eine Zuchthäuslerin? Weißt du, was das bedeutet? Dass du morgen die Uniform da ausziehen musst. Dass der Herr Adjudant des Gouverneurs ein Herr nichts und nirgendwo wird. Warum? Aus falscher Sentimentalität, aus falschen Ehrbegriffen. Was willst du denn mit dir anfangen? Der Sohn des Lord Pembroke als Schuhputzer oder als Kneipp wird, ja? Mein Gott, bei dem Frauenmangel hier in Australien wird sich schon irgendeiner aus dem Zuchthaus herausholen. Einer, der zu ihr passt. Oder, wenn du dein Gewissen beruhigen willst, schreib an die Königin. Schick ein Gnadengesuch an die Gerichte in London. Ja, das wäre vielleicht ein Ausblick. Und wenn sie erst frei ist, dann kannst du ihr doch weiterhelfen. Sobald du Mary heiratest, hast du doch Geld genug.